mahlzeit leute und willkommen im video wir rennen die leute hier die bude ein wegen dem thema wire guard wie kann ich mich von wo nach wo verbinden ich habe nur cg zu hause und so weiter ich will euch heute einfach mal zeigen wie einfach es eigentlich ist wirklich als eine kleine cloud maschine in der hetzler cloud sich eine sogenannte wire guard routing bridge aufzubauen und zwar mit einer easy gui mit clicky bunty du musst hier keine konfigurationen erstellen das macht alles die ui aber ich zeige es euch einfach lasst uns reingehen ganz schnell nur ein bisschen theorie also was baue ich denn da beziehungsweise was baut hetzener euch da voll automatisiert selber auf ihr müsst nur zwei drei sachen selber eingeben aber das zeige ich euch also wir bauen uns einfach in der hetzler cloud einer ja wie soll ich sagen war ja gerade routing bridge auch da kommt nur bei ja gerade drauf mit einer schönen ja wie soll ich sagen clicky bunty gui da ist sie schon wir sehen sie gleich natürlich live und ihr könnt dann alle eure geräte es ist egal ob euer handy irgendwelche anderen server euer homelab euer unify geraffel und 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 völlig egal könnt ihr halt zentral darüber jagen könnt euch zentral darüber alle erreichen könnt aber auch eure routing so basteln dass halt eben alles über diesen server über die hetzler cloud ganz normal ins internet rausgeht kann man darüber auch machen und alles über eine einfache klick klick bunty gui wenn wir jetzt einfach zur installation gehen leute es ist echt denkbar denkbar einfach ganz wichtig wenn ihr das machen solltet ich habe hier unten in meiner video beschreibung gibt es immer 20 euro für neukunden hier unten falls ihr das ausprobieren wollt dann kriegt ihr das was wir jetzt hier machen schon mal für sechs monate umsonst glaube ich also ich glaube bei so einer maschine kostet wie 4 euro 90 irgendwie sowas egal auf jeden fall wir buchen uns hier ganz normal jetzt ein cloud maschine und zwar wir brauchen ja nicht wir brauchen nur ein bisschen routing ein bisschen wire guard das heißt die kleinste kiste die wir da kriegen können völlig egal ihr werdet euch erstmal natürlich erst mal ein standort aus ich sage jetzt hier einfach mal nürnberg und dann es ist ein bisschen versteckt da muss man darauf achten gibt es ja unter dem menüpunkt images gibt es den menüpunkt namens apps oder den reiter oder den tab namens apps und da gibt es einfach den point namens jahr war ja gerade da steht einfach nur war ja gerade aber wenn man auf die details geht bekommt man ja auch gesagt dahinter verbirgt sich eine software jetzt hinter meiner kamera das seht ihr nicht da ist ein kleiner github button sogar dann werdet ihr auf die entsprechende github page sogar ganz normal geleitet wo war ja gerade oder hetzner euch dieses gesamte app produkt noch mal sozusagen einmal auf zeigt was hängt denn dahinter also kein geheimnis was dahinter hängt ihr könnt euch das angucken und auch das hier verweist auf nichts anderes als auf dieses github projekt hier was einfach war ja gerade heißt und dieses projekt projekt wird hier ganz normal gepflegt und viel geiler noch leute wenn ihr unbedingt möchtet könnt ihr sogar in der hetzner cloud dieses thema hier mit der arm technologie machen das heißt es muss nicht eine x86 cpu sein sondern auch mit arm denn hierüber können wir ganz normal diese files erreicht aber gehen wir zurück zum provisionieren wir wählen jetzt hier ganz normal einfach dieses war ja gerade thema aus und dann habt ihr jetzt hier die wahl mit der cpu uns empfiehlt er hier ganz einfachen cpx 11 ich glaube das ist auch so ein thema aber wir nehmen natürlich den cxl war also nicht den cpx sondern den cxl denn das reicht vollkommen aus wir brauchen hier nur eine für ein bisschen routing reicht vollkommen aus wie gesagt habt ihr 10 20 geräte daran die schon verschlüsselt werden müssen ja vielleicht ist dann jetzt ein zweiter kern nicht ganz so verkehrt aber ihr könnt eine cloud maschine ja automatisch im online fall ganz normal vergrößern also haben wir ausgewählt war ja gerade x86 x11 erst mal kleinste maschine die ich eben nur brauche so wir wollen natürlich v4 und v6 haben weil ja wenn wir es einmal haben haben was einmal für die leute die sagen nö ich brauche kein v4 schaltet absparte euch noch mal irgendwie 60 cent im monat vom gesamtpreis so ich will immer meinen ssh hier aus um an die kiste ranzukommen und dann natürlich hier letztendlich natürlich noch mal einen wunderbaren klarnamen also mein voller nenne ich das ding jetzt einfach wg bridge hier und sagt einfach unten rechts erstellen kostenpflichtig erstellen und das war's ihr kennt das alles da wird das server jetzt ganz normal erstellt provisioniert aber mit dem hintergrund schon die app wird ausgerollt das heißt dieses war ja gerade ui ihr müsst euch um nichts kümmern dieses war ja gerade ui wird ausgerollt wird installiert und ist sofort funktionsbereit ihr müsst nur ich glaube 45 kommandos machen aber dazu kommen wir jetzt während das ganze jetzt hier schon mal läuft brauchen wir gleich bestenfalls ja wie soll ich sagen einen namen für die ip adresse die wir hier haben also das heißt dieser gas dieses ganze app oder diese app die wir haben verlangt sozusagen einen namen damit diese wunderbar ausgerollt wird ich mache jetzt natürlich wieder für wie immer für mich selber irgendwie werbung ihr könnt bei mir auf der webseite über ipv 64 einfach euch in kostenlosen dns namen aussuchen um gottes willen alles kostenlos und for free und macht genau das hier errichtet euch einfach den namen hier ein nimmt die ip adresse die euch zugewiesen wird in dem fall hier meine ipv4 adresse mit der endung auf 196 und wenn man dann hier drauf gucken jetzt habe ich das vorhin schon gemacht habt ihr einfach einen record mit dieser ip adresse in meinem fall habe ich jetzt hier einfach ausgewählte wg bridge punkt root 64 das ist auch der name die jetzt gleich unsere bridge bekommen wird ich habe mir diesen namen einfach schon mal kopiert obwohl brauche ich gar nicht aber ich kann auch den namen einfach nehmen und der server ist ja da das heißt wir gehen jetzt einfach unser putty oder nimmt einfach euer ssh von windows völlig egal und geht auf den server drauf ich sag hier einfach akzeptieren und sag bitte lockt mich ein mit dem benutzer root kann ich ja so einfach machen weil ich habe ja gerade eben ein hinterlegt und nicht eine benutzernahme passwort kombination und füge jetzt hier einfach den namen ein wg bridge root 64 weil dieser wizard fragt jetzt bei uns nach wie soll denn dieses wireguard ui tool denn heißen beziehungsweise über welche domäne soll er denn erreichbar sein das haben wir gerade schon bei ipv 64 macht in unserem falle wg bridge root 64 damit wird euch auch sofort ein gültiges zertifikat ausgestellt und habe mich diese diese verwurstelei mit vertraust du wirklich diesem nicht signierten zertifikat ist damit auch völlig erledigt admin benutzernahme jetzt für dieses video nehme ich jetzt natürlich einfach atmen und wie immer mein video standard passwort namens test 1234 ausrufezeichen ihr wählt natürlich was sicheres aus ich werde jetzt einfach aus video youtube punkte youtube.de für meine letzten gruppe ihr tragt natürlich eine richtige e mail adresse ein damit letztendrypt euch informieren kann wenn sozusagen euer zertifikat ausläuft und ihr euch zumindest hier auf die kiste einmal einloggen müsst um das zertifikat zu erneuern aber auch das passiert in der regel voll automatisch so und ihr seht mehr war es nicht name benutzernahme passwort e mail adresse fertig ihr habt euch nirgendwo registriert ihr müsstet nichts großartig einrichten ihr musste keine komplizierten source paket quellen ändern oder sonst was es ist alles da wir können nämlich jetzt easy diesen namen hier einfach nehmen und den hauen wir jetzt hier einfach in den browser ein und ihr seht a gültiges zertifikat b eine einfache log in oberfläche hier machen wir jetzt auch mein admin 1234 und long ins in die kiste ganz normal ein sondern da sind wir auch schon drin und ihr seht jetzt wird die konfiguration relativ einfach es handelt sich hier einfach um eine wireguard bridge fangen aber erstmal bei den global settings an denn hier ja wie soll ich sagen sehen jetzt erstmal so die wichtigsten informationen die betreffend sind für diesen wireguard server das ist ja quasi unsere server seite generell müsst ihr hier gar nichts großartig einstellen weil er hat den namen erkannt das ist der name der jetzt immer in die konfiguration eingetragen wird es ist auch richtig und vernünftig so dann haben wir hier dns server mtu da ist jetzt noch so eine sache warum da 1300 steht standardgemäß weiß ich nicht werde ich aber sowieso es wird hierzu noch mal ein zweites video gehen wo wir noch mal filigran in spezial sachen eingehen werden ich lasse es jetzt hier noch mal so stehen und ende erstmal gar nichts damit ihr auch wirklich seht dass eine default configuration hier wunderbar klappt im nächsten schritt wir können sogar einzelne user einrichten die dann sozusagen für sich einzeln hier die ganzen konfiguration ja lesen können beziehungsweise editieren können kommt auf die rechte ganz normal an denn ein user könnte sich auch einloggen und mit dem qr-code mit ihrem hält mit dem handy einfach die konfiguration sich reinziehen sondern gehen aber über jetzt zum wireguard server und hier stehen jetzt quasi die ersten informationen ja die verbindungs relevant sind für den server bereich beziehungsweise nachher den client über welches netz kommunizieren hier wird nämlich vorgegeben dass der wireguard server ein über ein tunnelnetzwerk ein wireguard braucht immer ein tunnelnetzwerk über 172 30 01 geht für die leute die hier wirklich eine einfache einrichtung wollen einfach so lassen für die leute die sehr speziell unterwegs sind und spezielle netze für spezielle sachen haben wollen ihr könnt selbstverständlich hier einfach euer tunnelnetzwerk einfach anpassen ihr seht auch schon das ganze läuft doch ganz normal mit ipv6 hier habt ihr auch den menüpunkt namens was passiert auf welchen port hört denn eure wireguard verbindung und für die leute die ganz spezieller werden wollen gibt es auch hier den menüpunkt namens post up und post down scripts wenn es auch wenn auf einmal irgendwas genattet werden soll auch das wieder spezial video auch hier lassen wir alles so stehen ich ändere erstmal grundsätzlich gar nichts ich sage hier einfach auf apply konflikt mal hier oben damit die konfiguration server seite ich einmal sozusagen übernommen wird damit ist ja wie soll ich sagen unser server fertig konfiguriert ich habe ja ihr habt nichts gemacht außer die installation gerade eben aber um jetzt natürlich ein klein zu verbinden muss ich natürlich erst mal ein client zu meinem server zu meinem dreh und angel punkt hier einfach hinzufügen dafür gibt es hier rechts oben den kleinen button namens new client und auch hier werden einfach wirklich nur die einfachsten abfragen gemacht name schreibe ich jetzt einfach mal rein pc e mail lasse ich jetzt einfach mal offen und hier seht ihr auch schon auch das ganze ip allocation thema passiert hier von hause aus einfach völlig ständig selbstständig schaut mal hier aus diesem von uns eben vordefinierten netz 172 30 00 24 was ja eben ja vor konfiguriert war pickt er sich jetzt einfach diese eine ip-adresse für meinen einzelnen pc hier ganz normal raus und ja sagt einfach die ip-adresse ist da das heißt ihr müsst noch nicht mals mehr den gehirnschmalz daran verschwenden sondern man sagt einfach alles klar akzeptiert ist die nächste freie ip-adresse übernimmt alles das tool für euch so hier in dem falle sagt er jetzt unter laut dass wir über diese verbindung alles drüber jagen das heißt die verbindung die wir jetzt quasi aufbauen gleich das routing passt das so an dass jegliche verbindung über diesen über diese bridge sozusagen geleitet das heißt wenn ich jetzt gleich meinen pc nehme oder hier einfach mal dieses handy wird jegliche verbindung über diesen hetzner tunnel cloud weg über wireguard ins internet gerutet das müsst ihr hier natürlich einstellen was ihr hier für den entsprechenden client haben wollt in dem fall ist es halt jetzt einfach das netz 00 bitte schiebt mir alles übers internet darüber raus man kann sogar noch extra laut ip hinterlegen das ist aber auch wieder für video 2 und wer möchte kann sogar den pre-shared key ganz normal mit eingeben ich glaube es kann sogar sein dass das sogar jetzt selbstständig macht weil alles auf auto generated steht das ist doch für mich alles fein deswegen was habe ich jetzt getan ich habe oben einen namen eingetragen und es war sonst gar nichts und jetzt einfach mit einem klick auf submit ist die konfiguration fertig und jetzt kommt nicht wir können einfach sagen klar laden wir die einfach mal runter download ihr seht rechts oben hat er einfach gerade eben die configuration für diesen wireguard client einfach erstellt da steht alles drin public key private key pre-shared key ip adressen ihr seht mal hier guck mal jeder name wg bridge root 64.de es ist alles komplett verautomatisiert für die die jetzt noch anfangen irgendwelche war gerade konfiguration per hand zu schreiben leute völlig unnötig ihr wollt ein kumpel vielleicht in zugriff geben weil keine ahnung gründe können so vielfältig sein hier ihr könnt einfach den qr-code ganz normal aufmachen und diesen qr-code schicken meinetwegen per foto irgendwo hin oder was auch immer was mit dem qr-code da verbirgt sich wirklich die vollständige konfiguration drin und nicht in den link oder sonstwas sondern die konfig komplett aber gut gehen wir jetzt weiter ich habe es jetzt gerade schon mal hier in meine wireguard konfig die datei einfach mal eingehängt also ich habe nichts anderes gesagt aus der tunnel aus datei importieren und die gerade eben heruntergeladene datei hier einfach reingeschmissen ihr seht das da entspricht dem hier ganz normal auf meinem windows pc und wir sagen jetzt hier einfach fertig wireguard server klein ich sag jetzt noch mal extra apply config weil manchmal will er das ganze noch mal haben dass wir die konfiguration noch mal hinterlegen und letztendlich wenn ihr noch mal was bearbeiten oder disable wollten oder temporär noch irgend jemanden zugriff gewähren wollt habt ihr hier die möglichkeit natürlich alle selbstständig noch mal zu ändern ganz wichtig ändert ihr für einen client die konfiguration muss das auch am client gemacht werden das heißt der client muss neu eingerichtet werden am handy neue qr-code am pc hier die konfiguration neu einspielen weil die konfiguration liegt immer auf dem endgerät ihr seht ich habe eigentlich quasi nichts großartig getan außer einen client einzurichten und wir gehen jetzt mal nach status ihr seht schon das war gerade grün ich hatte schon mal auf play gedrückt und das machen wir jetzt auch das ist meine vorhin ganz normal heruntergeladen der konfiguration und wir drücken hier einfach auf aktivieren was macht jetzt hier der kollege er baut einfach die verbindung zu meiner wg bridge hier ganz normal auf das heißt eine verbindung ist jetzt ab und running wenn wir uns jetzt hier noch aktualisieren dann sehen wir auch ganz normal die verbindung ist ja wie soll ich sagen hergestellt und da wie beweise ich das ganze denn jetzt dass ich wirklich meine komplette verbindung über diesen tunnel darüber geht ja natürlich wir gehen einfach auf eine webseite die das irgendwie darstellen kann dass unsere verbindung jetzt vollständig darüber geruchtet wird mir fällt natürlich dazu immer meine eigene webseite ein indem wir einfach mal hier drauf gehen und wir sehen jetzt meine ip-adresse wäre in anführungszeichen angeblich diese 105 196 und dieses v6 hier mit c1 doppelpunkt doppelpunkt zwei na komm ich nicht bekannt vor 105 196 ist die ip-adresse von meiner wg weyer guard routing bridge ganz normal so wie wir es wollten unser traffic fließt jetzt tuto komplett über unsere weyer guard ui bridge drüber und mehr gibt es hier erst mal nicht zu sagen wie gesagt das ist jetzt die einfachste setting die man haben kann man kann jetzt sich kleins einfach dahin verbinden und es ist völlig egal es ist war ja gerade alle möglichen systeme firewalls router handys pcs linux systeme und so weiter fressen ganz normal die normale wire guard konfiguration letztendlich gibt es eigentlich immer nur noch eins zu sagen denkt vielleicht dran wenn ihr das ganze hier wirklich produktiv nutzt dass ihr vielleicht dann doch euch einfach hier mal wirklich ein backup und ein snapshot oder und oder beides einrichtet damit ihr zumindest mal regelmäßig zumindest mal einen snapshot habt von der konfiguration beziehungsweise wenn irgendwas passieren sollte aber ganz leute wir sind bei der jetzt noch in der cloud da passiert nichts aber trotzdem möglichkeiten backup und snapshots sind ganz normal gegeben ich würde es trotzdem jeden zu raten zu tun wenn ihr dann doch mal selber was kaputt wursteln solltet und ja wir tüftler wir machen mal zwischendurch was kaputt dann habt ihr zumindest ein snapshot da wunderbar ich bedanke mich dass er dieses video geschaut hat ich versuche mal morgen ein direktes super upgrade video zu bringen wo man noch nattling und so weiter und eine spezialkonfiguration machen kann mittels ipv6 cg hat und sonst ist die slide ihr wisst wovon ich rede leidiges leidiges thema mein forum ist voll von diesen nachrichten auch das kann man ganz normal damit erledigen ich bedanke mich recht herzlich wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut